Mein Name ist Matthias Tam. Ich arbeite seit fünf Jahren hier beim EWZ. Ich bin seit Anfang des Projekts Albinia Solar dabei. Mein persönliches Highlight von der Baustelle war die spezielle Hebebühne, die wir haben. Die ermöglicht uns problemlos die Profile zu montieren und ohne die Hebebühne hätten wir uns abseilen müssen. Das hätte uns mehr Zeit gekostet, um die Solaranlage zu bauen. Mit dem EWZ bin ich auch noch Stauwärter und mache Führungen durch den Staumur Albinia. Und jetzt bei den Besuchern kann ich Ihnen erzählen, dass wir die erste hohralpine Solaranlage gebaut haben, dass wir alles selber hier montiert und gemacht haben. Wenn ihr in den Staumur reingehen wollt, könnt ihr auf die Webseite vom EWZ gehen, dort euch anmelden. Und ihr würdet mich sehr freuen, wenn ihr auf die Staumur besucht würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert euren Kanal und likedt. Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk